Du möchtest einen High-Key-Look in Lightroom erstellen. Ich zeige dir heute, wie das mit fast jedem Foto funktioniert und an dieser Stelle möchte ich dich natürlich auch nochmal an den Adventskalender erinnern, der nach wie vor läuft. Jeden Tag gibt es hier tolle Preise zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal über den Link in der Videobeschreibung dich einmal anmelden und dann bist du auch für alle Tage registriert. Heute gibt es zweimal meinen neuen Videokurs Lightroom für Landschaftsfotografen zu gewinnen. Quasi der dritte Kurs und da geht es wirklich um sehr fortgeschrittene Techniken. Der ist erst vor zwei Wochen rausgekommen und du kannst ihn heute gewinnen. Zwei Leute werden ihn insgesamt gewinnen heute und die Gewinner werden morgen schon benachrichtigt. Jetzt aber erstmal geht es los mit dem Video High-Key in Lightroom erstellen. Für den High-Key-Look habe ich mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht aus Island von einem isländischen Pferd und ich glaube, dass das ganz cool aussehen könnte, wenn wirklich alles drumherum relativ hell ist und wir uns wirklich nur auf das Pferd an sich konzentrieren. Als erstes würde ich aber tatsächlich mal noch so ein bisschen den Bildausschnitt einstellen, weil ich möchte das andere Pferd hier, das Hinterteil von dem anderen Pferd hier nicht wirklich mit drauf haben. Das würde ich jetzt hier mal rausnehmen und ich glaube, ich möchte relativ viel Himmel drauf haben. Auch wenn der Himmel gleich komplett weiß sein wird, möchte ich so diesen negativen Raum irgendwie noch mit dabei haben, also dass wir relativ viel weiße Fläche haben. Also das gefällt mir schon ganz gut, aber ich möchte trotzdem natürlich insgesamt das Pferd schon noch ein bisschen dominanter drin haben. Aber so sollte schon mehr Himmel sein als hier Vordergrund. Ich glaube, so in der Art könnte man das hier fast lassen. Ich drücke mal die L-Taste dabei, weil dann kann ich nämlich hier das Ganze drumherum mal ein bisschen abdunkeln und dann kann ich genauer sehen, was ich hier abschneiden möchte und was nicht. Zum Beispiel dieser kleine Stein, den möchte ich entweder komplett drin haben oder komplett rausnehmen. Ich lasse ihn aber mal drin und packe das Pferd jetzt hier mal auch so ein bisschen mehr auf die rechte Seite. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut und dann klicke ich hier auf OK. So, perfekt. Dann haben wir jetzt erstmal den Bildausschnitt und jetzt geht es um den High-Key-Look. Schauen wir uns doch einfach mal das Histogramm ein bisschen genauer an. Wir haben hier einige Schwarzwerte drin, ein paar Tiefen und dann in den Mitteltönen haben wir relativ viel drin und auch viele Lichter und ein paar Weißtöne. Das gesamte Histogramm müssen wir jetzt weiter nach rechts schieben, weil wir wollen ja möglichst viele helle Bildbereiche drin haben. Es ist auch so, dass wir jetzt viele Stellen haben, die ausbrennen werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen werde ich jetzt als erstes mal anfangen, die Belichtung hier nach oben zu ziehen, also die Mitteltöne aufzuhellen. Und da sehen wir schon, das ganze Histogramm schiebt sich weiter nach rechts. Aber was jetzt auch auffällt, wir können hier wirklich relativ weit nach rechts schieben, ohne dass wir anstoßen. Das heißt, ich würde das jetzt einfach mal so auf anderthalb Blendenstufen nach oben stellen. Und wir haben trotzdem noch nirgendwo Stellen, die wirklich komplett weiß sind. Ja, also wir haben hier noch relativ viel Zeichnung in dem Himmel drin. Und deswegen werden wir jetzt einfach auch mal die Lichter, also die hellen Bildbereiche, noch weiter aufhellen. Und genauso auch die Weißtöne, die werde ich jetzt auch noch hier weiter nach oben packen. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie das Ganze deutlich heller wird. Und ich würde als nächstes auch noch die Sättigung, glaube ich, rausnehmen. Also ich würde daraus tatsächlich ein schwarz-weiß Bild machen und mich damit wirklich nur auf die Strukturen und die Formen, die in dem Bild vorhanden sind, konzentrieren. Ich würde, bevor wir jetzt in die Masken reingehen, tatsächlich das Ganze noch ein bisschen schärfen. Also ich zoome hier mal weiter rein und werde jetzt hier auch die Schärfe mal nach oben drehen, so auf 90. Maskiere das Ganze auch wieder, dass wir wirklich auch nur das Pferd schärfen. Perfekt. Dann gehe ich als nächstes hier oben in die Masken rein und werde als erstes mir mal den Hintergrund auswählen. Ja, also alles außer dem Pferd. Ja, die Maske funktioniert hier auch sehr gut. Und dann werden wir jetzt auch mal noch den Hintergrund, also alles, was außerhalb des Pferdes quasi liegt, noch ein bisschen heller machen. Jetzt haben wir kaum noch Strukturen im Himmel drin. Das gefällt mir gut. Vielleicht nehmen wir hier auch noch mal so ein kleines bisschen die Tiefen nach oben. Aber nicht viel. Ich möchte hier unten schon noch die Struktur sehen. Ich möchte nur den Himmel weitestgehend ausgebrannt haben. Vielleicht nehmen wir jetzt hier noch so ein bisschen Dunst entfernen raus. Wir machen das Ganze damit noch so ein bisschen weicher und auch die Klarheit und die Struktur kann noch so ein bisschen runtergezogen werden. Das machen wir nicht zu doll. Das sieht man sonst hier im Vordergrund, dass das dann zu viel ist. Die nehmen wir also wieder so ein bisschen zurück. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen weißen Himmel. Wir haben das Pferd an sich. Für das Pferd erstelle ich jetzt auch noch mal eine neue Maske. Da sage ich jetzt einfach Motiv auswählen. Das ist also genau umgedreht zu dem Hintergrund jetzt quasi. Und dann haben wir hier das Pferd einmal ausgewählt. So, das sieht auch wieder gut aus. Ich würde jetzt hier tatsächlich die Tiefen noch ein kleines bisschen aufhellen. Dass wir hier ein bisschen mehr Struktur und Zeichnung noch drin haben. Ein bisschen Kontrast können wir hinzugeben. Und hier möchte ich auch noch mal ein bisschen Schärfe drauflegen. Ein kleines bisschen Klarheit kann auch noch mit rein. Das sieht auch schon mal richtig gut aus. Jetzt gehe ich aus dem Maskenmenü hier wieder raus. Nimm mich hier oben auf das Bearbeiten-Symbol wieder, klicke. Ich mache jetzt einfach mal ein Vorher-Nachher. Ja, so sah das Bild vorher aus. Das haben wir jetzt draus gemacht. Ich finde schon ein sehr schöner High-Key-Look. Ja, man kann jetzt hier noch reingehen und zum Beispiel den Vordergrund noch so ein bisschen bearbeiten. Könnte ich jetzt noch mal eine Maske erstellen. Und dann einfach hier einen linearen Verlauf auswählen. Gehe ich hier noch mal ein Stück rüber. Halte dabei die Shift-Taste auch gedrückt, dass wir hier einen geraden Verlauf drin haben. Und dann könnte man jetzt hier zum Beispiel die Klarheit noch mal so ein bisschen nach oben stellen. Und vielleicht auch hier Dunst entfernen, noch mal ein kleines bisschen nach oben, dass wir hier den Vordergrund noch so ein bisschen mehr betonen. Ja, aber dann bin ich auch soweit fertig. Und jetzt haben wir hiermit einen schönen High-Key-Look erstellt. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst in Zukunft vielleicht mal das eine oder andere High-Key-Look-Foto erstellen in Lightroom. Nochmal die kurze Erinnerung an den Adventskalender. Falls du Lightroom für Landschaftsfotografen gewinnen möchtest, dann melde dich einfach für den Adventskalender an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen schon beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020